Ja, es ist komplett neu. Es sind 80 Prozent der Teile neu. Also wir haben das dem Röckl-Mäu entsprechend eigentlich ziemlich umfangreich neu gemacht. Wir haben einen längeren Radstand. Wir haben gelernt vom letzten Jahr. Wir sind insgesamt leichter, haben also mehr Masse, um zu balancieren. Und ich glaube, insgesamt ist uns ein ganz gutes Design gelungen. Ja, man muss ganz klar Form follows Function, die Funktion steht im Vordergrund. Und ich denke aber trotzdem, dass man sich sehr schnell daran gewöhnen wird. Und nicht weil wir sind, sondern wir alle versuchen sicherlich einen sehr ästhetischen Blick auch zu haben und es kritisch anzugucken. Ich denke, in unserem Fall sieht es ganz gut aus. It's quite different. 80% of the parts are new. The whole car is lighter. We have more room for balance weight. We have a longer wheelbase. And I think we are aerodynamically stronger. Well, you have no choice. Form follows Function. And we developed that with our team in the wind tunnel, on the computers, of course. And we think we found quite a good and also quite a nice looking solution.